hallo mein graf heute ja ihr seht richtig wir sind in der niederburg wir haben uns hier schwer hingekäfft nein quatsch wir haben einfach unsere alten videos aufgerufen und haben geguckt wo das ist und sind hier ja ich hoffe ihr nehmt uns das nicht ganz so übel aber den ganzen weg hier laufen wollten wir nicht jetzt müssen wir nur erstmal noch zurück weil ich habe nämlich keine waffe mitgenommen das ist ungünstig haben wir schon irgendwie gegen die power ja ist klar da bin ich jetzt gleich tot ich kann mich ja nicht zurück teleportieren dann geh vor warte mal da muss ich erstmal gucken wie wegpunkte warte mal lädt ist das wort da also ich ist 19 y ist 61 also 19 minus 19 61 8 das war aber das weiß ich zuerst viel fähig gemacht habe slash tp minus 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 19 moment 19 61 8 ich hoffe diesmal habe ich es richtig ich warte noch kurz mit jo ich bin richtig ich bin mein letzter todespunkt ist direkt beim portal ok gut nach hause teleportieren ja genau nach hause telefonieren gut ich glaube da nehmen wir ein bisschen was besseres auch mit oder bei gegen gewisser wird es echt übel denke ich ich nehme ein breitschwert mit du hast dein sims im system oder nein ich hatte meins in meiner truhe so und wo haben wir noch tränke zum essen also diese apple juice mme system ich bring dir welche mit wieviel stecks willst du hast du ja ein stack müsste reichen so und dann jetzt mit so viele geben wo wir zu jetzt zwei schauen wegen dem schwert ich bin auch am überlegen ob ich mir die cobalt spitz hacke mitnehmen wobei ich hatte doch hier wo habe ich denn das habe ich vergessen wo ich mal große schwerte gepackt habe man jeden fall noch ein eisenschwert keine ahnung ich habe hier noch mal ein klever der muss auch mal wieder genutzt werden mit 11 attack damage goldschwert sehe ich da ist das degraus sacrifice ein hier ist nix es gibt es doch nicht nein hast du es vielleicht doch ins me system gelegt also dein zwar aber gar nicht habe ich sie nein oder hattest du es doch im netter das ist jetzt weg ist nee ich habe ja alles leer gemacht ganz sicher ja oder hatte ich es nee ich hatte es nicht wieso nicht mehr dass man würde keine ahnung wo das hingemacht hast ich auch nicht gibt es doch nicht irgendwo muss ich doch mehr blöde schwer denn gepackt haben ja ich habe keine ahnung hast du hier hinten vielleicht rein gepackt wo da viel drauf steht nein nein also ich weiß nicht ich werde mir da einfach noch mal die folge anschauen wo ich das hingepackt habe ja nicht lachen knack psack habe ich es auch nicht drin oder ein knappsack ist leer da habe ich schon lasse ich aber lieber ja ich habe keine ahnung hast du es vielleicht oben in der dings in der truhe rein gemacht in der werkstatt eigentlich auch nicht sicher eigentlich auch nicht ich habe keine ahnung hier sind hier ist auch nicht drin vielleicht da oben euro ich trau dir alles zu danke nein nein da ist es nicht drin naja dann nehme ich einfach mal ein klever ok wird schon funktionieren ja ich habe keine ahnung wo du das hingemacht hast also machen wir uns machen wir uns da drüben über kommt der böse kliebe so in etwa ok jetzt machen wir auch genug zu essen dabei dann habe ich da eingepackt nein nicht zur rüstung habe ich gut da nichts drin nichts wichtiges gut perfekt gut es sind keine pigment zombies ja hilft das vielleicht mit den fäden kann sein wenn man ja sehen so so und tp zu genau du tp ist denn ich tp hinter dir wegpunkte wegpunkte 3 9 2 6 1 5 5 3 9 2 6 1 5 5 3 9 2 6 1 5 5 3 mal hier sieht so aus als wäre ich ach nee weil hier der halbe da drüber ist deswegen geht es auch nicht so hast du ich bin da ich sehe dich schon wieder nicht nein musst du kurz läuft und wieder kommen hilfe ich mag mich mein pc hört überhaupt nicht ok Duffy hat das spiel verlassen Duffy hat das spiel betreten jetzt sehe ich dich ok gut dann komm vielleicht sehe ich mein schwert auch nur nicht es ist irgendwo da aber ich sehe es nicht haha ne ich habe es auch nirgends gesehen so aber werden wir hier auch nether-skelette finden also diese komischen witter-skelette so heißen die ja mhm werden wir welche finden ich weiß es nicht es müsste aber auf jeden fall normalerweise sind die doch immer oben drauf es sind auch teilweise in den drinnen da geht es also ich meine die werden immer oben drauf ok wir können ja mal hochschauen ich weiß aber dass hier in der nähe noch eine andere Witterfestung war ich weiß nur noch nicht so schauen wir hier mal ach ne das ist ja äh was ist das jetzt für ein punkt hier siehst du auch dieses licht ja keine ahnung was das ist wir sind nur ein stockwerk unten ist dasselbe punkt nur ein stockwerk weiter unten äh ok ich habe mich schon gewundert so mhm äh ich würde sagen wir gehen nach oben wieder wenn wir eine Wege finden da machen wir uns nach oben gucken dass wir irgendwie ganz oben drauf kommen würde ich sagen oder naja sollte kein problem sein jo äh ich glaube das geht hier ähm äh nein die will ich jetzt nicht jetzt sehe ich nicht mehr wo du bist äh ich sehe dich hier ah ok ähm wieso ist das dazu Hilfe hinter dir was böse angry pigmen zombie ooooh meine güte ne jetzt höre ich irgendwie lauter wütende zombies ja weil der uns äh angreifen musste unbedingt das sind die kleinen die immer richtig ärger machen ok blaze ist hier draußen äh ja blaze will ich aber nicht ah hilfe 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 ich brenne wieso brenne ich habe das feuer fest so äh bist du sicher ja feuer protection 1 warte mal hab ich äh nein habe ich nicht das heißt äh vielleicht ist es ja umgekehrte sache hier jetzt viel spaß ich warte weil hier äh das rutsch und nein ich brenne also ich bin nicht gesichert ist nichts umgekehrt so da oben müssen wir rauf können doch dann theoretisch hier außen rum gehen probieren wir es darf ich jetzt einmal bitte reinspringen danke äh woran hier sind auf jeden fall pigmen zombies ein paar und da sind sie ja sind sie Ja, sie sind böse. Geht auf Methos. Nein! Doch. Geht's noch? So, okay. Gas, Gas, Gas. Spinne, Spinne, Spinne! Entscheide dich. Beides. Ich kann mich nur auf eines konzentrieren. Beides. So. Da ist ein Skelett schonmal. Aber nicht das, was wir suchen. Warte mal. Nee. Auf jeden Fall nicht das, was wir suchen. So. Hm, und hier geht's auch gleich wieder runter. Äh, das ist doof. Weil die sind meistens oben drauf. Oh nein, 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 nein! Was ist das denn hier? Mach mal klar. Mach das sowas nicht mit mir. Haben wir Schleim kassiert? Nein, hab wir nicht. Ich nicht. Ich weiß aber noch, dass... Hier, genau. Wenn du jetzt mal schaust. Es gibt östlich davon noch eine andere Gefestung. Und der waren wir noch nicht. Da könnten wir es mal probieren. Da haben wir vielleicht bessere Chance. Östlich? Also, äh, wo bist du denn jetzt hin? Hier, hinter dir. Da. Warte, lass mich hier erst mal essen. Und ich will mal gucken, gerade. Mit dem Teil hier, ob ich was lernen kann. Nein. Kann ich nicht? Nein, kann ich nicht, nicht, nicht. Ich habe meines gar nicht mitgenommen. Hier kann ich nichts lernen. Okay. Die warten nur auf uns. Glaub mal. Aber wenn wir hier draußen sind, dann haben wir wahrscheinlich bessere Chancen zu kämpfen. Glück auch nicht mehr. Ja. So. Den haben wir furcht. Äh, Osten geht's nach da. Moment. Ich laufe voran. Stirb du. Jetzt hätte ich fast was gesagt. Ja, ja, ja. Gut, dass die hier nicht hochkommen. Äh, Spinne. Sowas, sowas. Die, die, die hüpfen immer so blöde. Mhm. Mann, geht doch mal auf Meters und nicht auf mich. Die Spinnen sind ja auf mich gegangen. Ja, die Spinnen sind mir ja egal. Okay, da, das halten wir rein, oder? Mhm. Gut, du buddelst, ich laufe. Jo. Okay. Neue Festung, neues Glück. Jo. Ich sehe auch schon einen auf der Minimap. Ja, ich sehe zwei. Zwei sind da. Hier kommen jetzt erstmal wieder ein paar kleine Schleims raus. Ja, und die machen Aua. Ja, mein Cleaver ist aufgelevelt und ich bin gerne mal wieder. Ist das nicht schön? Und ich habe, äh, Diashutz? Mhm. Zwei. Also Schuhe. Und ich muss essen. Brauchst du Diashutz Schuhe zwei? Äh, wäre nicht schlecht. Meine sind, glaube ich, nur Protectile Protection, oder? Okay. Ne, Feather Falling. Was ist denn besser im Nether? Ich glaube, Protection ist angenehmer. Ich glaube auch. So. Da reise ich auf der Karte. Ja, ich jetzt auch. Hilfe. Aber wo sind... Warte mal. Hä? Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht drin. Ne, sehe ich auch so. Also sonst wäre die Truhe nicht mehr da. Die nehme ich mit. Ich hätte eine Axt mitnehmen sollen. Axt? Ja. Wäre auch vielleicht ganz gut gewesen. Aber wie kann man jetzt noch... Ach, wir haben so viel Holz. Komm, den holen wir uns. Warte. Nicht hauen, nicht hauen. Noch nicht, noch nicht. Erstmal gucken. Nein, der ist friedlich. Da vorne ist es. Da vorne ist es. METHOZENDER DIAMETOZENDER 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 DIAMETOZENDER. Das heißt, wir haben... Ja, das ist gut. Den ersten haben wir. Wir brauchen aber, glaube ich, noch mehr. Wir brauchen Köpfe. Ich glaube, da können wir noch Köpfe draus machen. Wir müssen nach oben. Echt? Ja. Ich buddel mal hier rauf. Ich sehe auf jeden Fall auf der Minimap welche. Ja, komm mal hierher zu mir. Aua, die greift mich an, die greift mich an, die greift mich an. Wieso greift ihr mich an? Die hat mich doch gerade eben nicht angegriffen. So, da müssen wir irgendwie rauf. Weil ich meine, die sind da oben. Oder sie sind unter uns. Ne, ich glaube, die sind doch unter uns. Ich will mal gerade hier... Da oben scheint nichts zu sein. Ne, da unten können sie auch nicht sein. Wir können auch einfach mal die Treppe hier runtergehen, da vorne. Oder das. Leute, ich komm. Hier war doch gerade irgendwo eine Treppe. Ich hab doch eine Treppe gesehen. Wo? Irgendwo gibt's immer eine Treppe. Haha, toll. Ja. Und Treppen gibt's immer. Ähm. Nein, hier ist keine Treppe. Gibt's doch nicht. Und wieso bis... Wenn ich jetzt wüsste, ob das über uns oder unter uns ist. Warte mal. Hm. Nein. Wo sind denn die auf der Map? Da ist nix. Gibt's doch nicht. Irgendwo müssen die doch sein. Die können doch nicht einfach im Gestern feststecken. Ne, eigentlich nicht. Ich sehne. Oder auch nicht. Ich sehne. Ähm. Ich schau mal von außen drauf. Was? Oder runter. Oder? Nein. Nix. Mach mal doch zu. So. Sonst fällt da noch einer rein. Äh. Mist. So. Ne, obendrauf könnten sie eigentlich nicht sein. Ne. Weil hier ist ja alles zu. Das heißt, die müssen irgendwo unten drunter sein. Nein. Ich schau jetzt mal genau hier, wo mir der Skelettkopf angezeigt wird. Müsste ich da wieder da hin und da? Mal heranzoomen. Nein. Hier ist definitiv nichts. Das muss hier drunter sein. Ich puddel mich jetzt nach unten. Aber lieber etwas vorsichtiger. Nicht, dass ich noch irgendwo reinstürze. Okay. Das geht. Komm mal hier runter. Äh. Wo bist du? 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 Warte mal. Bissen wir da lang? Aua. Hau mit unten nicht. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Hatte mal. Äh. Haben wir eigentlich netherwarzen? Ah. Hier. Hier unten geht es weiter. Sag mir doch, dass es hier unten weitergeht. Das sag ich doch. Haben wir eigentlich netherwarzen? Ich habe jetzt einfach welche mitgenommen. Uh. Wir haben. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Wo bist du denn? Da wo du aufgemacht hast. Da wo es weiter ging. Da war eben keins. Hinter der Treppe. Mach mal hier mal auf. Genauso wie hier auch noch eine Truhe steht. Okay. Okay. Aber das war's dann auch. Ja. Ich bin hier. Ich bin hier. Schon wieder nach oben. Ich bin hier. Schon wieder nach oben. Ich bin schon wieder nach oben. Ja. Wir sind auf jeden Fall in einem anderen Gang. Ja. Halt. Da ist auch noch eine Truhe. Die ist leer. Warte mal. Wenn die leer ist. Ja. Bau sie mal ab. Na. Okay. Jetzt sehe ich keine mehr. Wie viele Knochen hast du? Keinen. Der hat keinen getroppt. Wir brauchen. Ich bin schon wieder hungrig. Das sind nur Zombieschweine. Wie Schweine. Wir haben doch. Wieso bin ich schon wieder hungrig? So viele auf der Karte gesehen. Mhm. Irgendwo müssen die ja auch sein. Theoretisch. Äh. Willst du mich angreifen? Nein. Gut. Dann ist alles im grünen. Das dachte ich vorhin auch. Guck mal was da kommt. Da leuchtet was. Oh das ist immer schick. Es leuchtet? Ja es leuchtet. Kann man zu essen? Sieht süß aus. Putzig. Ja das ist ein Wisp. Der kannst du nicht böse sein. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Du gehst vor. Hahaha. Spiel Baseball mit euch. So. Okay. Den. Den. Den müssen wir aber noch. Äh. So. Das ist natürlich blöd gelaufen. So. Wo ist es hier? Ich gehe mal hier nach oben. Also da oben ist glaube ich ein Blaze Spawner. Mhm. Jo. Ist auch. Ich sehe aber auf der Minimap noch. Ja. In der Richtung. Kommt. Ich mache jetzt auch noch alle. So. Nein hier äh. Und diese Richtung hier sehe ich noch ein gewisses Skelett. Auf der Minimap. Ja. Wir müssen runter wieder. Ja und auf der anderen Seite weiter. Okay. Dann da weiter. Mhm. Ja. Genau. Da. Da sehen wir das. Wieso habe ich das gemacht? Sag mir wieso. Wieso hast du das gemacht? Äh. Ne. Oder? Vielleicht. Da drüben ist er. Ich sehe den. Ich sehe den von hier aus. Ja. Äh. Hier muss auch irgendwo einer sein. Das ist ja den ich gesehen habe. Nochmal rechts. Da. Oh ja. Ich habe ihn. Hast du was bekommen? Das würde ich hier gerade gucken. Äh. Nein. Wieso droppt er nix? Das ist aber blöd. Das ist aber blöd. Sehr blöd. Hier ist aber sonst nix jetzt. Tja. Ihr merkt schon liebe Zuschauer das ist gar nicht so einfach. Ach. Hier sowas zu kriegen. Vielleicht ein bisschen? Äh. Ja. Ähm. Oh nein. Von. Da kommen wir nicht ran. Glaube ich. Der kommt nicht zu uns. Dann komme ich eben zu ihm. So. Der wird sich wundern. Ah. Als wäre ich fast die Runde gesegelt. Ah. Wieso machst du sowas? Äh. Das war ja nicht beabsichtigt. Da sind auch noch welche. Aber das ist alles nicht das was wir suchen. Nein. Nicht wirklich. Ich sehe aber noch einen auf der minimap. Ich will den jetzt auf der minimap haben. Ich sehe sogar zwei auf der minimap. Nein das andere ist keiner. Äh. Doch. Das sind zwei. Da hinten jo. Kommt her. Holen wir sie. Ja. Wir sollten vielleicht mal sowas wie wie ähm. Ähm. Ne. Ich habe weiße Knöpfe äh. Knochen gekriegt. Knöpfe würde ich schon sagen. Ist doch nie dein Ernst. Doch. Ich habe weiße Knochen gekriegt. Wieso? Ich muss das mal heilen. Doch ein Wither Skelett. Blöder Wisp. Du bist dran schuld. Hau den nicht. Hau den nicht. Das ist keine gute Idee. Ach so stark sind die nicht. Da wäre ich mir gar nicht so sicher. Sag ich doch. Hä? Ich wollte schon gerade sagen. Bei Wunder. Der schießt im Tod noch nach mir. Aber dabei war es das blöde Skelett. Mhm. Die Skelette sind böse. Ja. Die sind übelst böse. So. Da hinten. Ich sehe hier noch einen. Ja. Aber der ist glaube ich über uns. Oder unter uns. Dann holen wir ihn. Holen wir uns ihn. In uns. Irgendwie. In. Grammatik. Rechttreibung. Ähm. Also unter uns glaube ich diesmal nicht. Mh. Nein. Stehst du jetzt direkt über ihm. Äh. Über oder unter? Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Wo? Hä? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Oben. Wie bist du denn nach oben gekommen? Warst du nicht gerade hinter mir? Nein. Vielleicht ein bisschen nicht. Ja. Ich habe meinen Cleaver aufgelevelt. Und ich habe einen Necrotic Bone. Okay. Und ich habe immer noch die Wurzer Effekt. Dann haben wir jetzt äh insgesamt zwei. Ja. Okay. Und keinen einzigen Kopf. Ja. Ist natürlich blöd. Gegegenfügig. Hallo. Okay. Aber wir suchen in der nächsten Folge weiter nach Witterskeletten. Mhm. Weil sonst wird das hier ewig dauern. Ich sage bis zum nächsten Mal. Und tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018